Schluss mit einer leichtfertigen Politik, die Arbeitsplätze gefährdet. Auf der Betriebsräte-Konferenz der IG BCE diskutieren 1000 Betriebsräte über die Zukunft des Wirtschaftsstandorts Deutschland. Der Vorsitzende der IG BCE, Michael Vassiliadis, fordert mehr Realismus in der Industriepolitik. Was wir erwarten ist, dass der Zeitpunkt, die Logik und die Loyalität der Politik für einen Strukturwandel, der auf lange Sicht natürlich kommt, dann auch so eingestellt werden, dass man ihn gut, sinnvoll und mit Überzeugung tragen kann. Wenn man nicht überzeugt ist von der Notwendigkeit und von der Sinnhaftigkeit des Strukturwandels, muss man sich dagegen wehren, weil es keiner ist. Das ist Zerstörung. Die Gewerkschaft und die Unternehmen stehen bei diesem Thema Seite an Seite. Das zeigen auch die kurzen Statements aus der Industrie- und Energiewirtschaft. Mit Versorgungssicherheit zu spielen, heißt mit der Schlagadra unserer Industriegesellschaft zu spielen. Deshalb sagen wir sehr klar, sage ich sehr klar, ein klares Jahr zum Pariser Klimaabkommen. Ein klares, ein lautes und ein beherztes Nein zu jedem weiteren Draufsatteln in Deutschland. In einer teilweise hitzig geführten Diskussion mit Vertretern der Politik fordern die Betriebsräte mehr Vernunft und mehr Engagement für einen starken Industriestandort. Beschäftigungs- und Industrieziele müssten gleichwertig mit Klimazielen behandelt werden. In Arbeitsgruppen beraten die Betriebsräte anschließend die Berliner Erklärung mit dem Titel Energie, Industrie, Klima – Unsere Zukunftsstrategie. In der Erklärung fordert die IG BCE von der Politik unter anderem, aus der Energiewende ein Wachstums- und Zukunftsprojekt zu machen. Es müsse zudem zentrale Aufgabe der kommenden Bundesregierung sein, die öffentliche Investitionstätigkeit wieder zu erhöhen und die Rahmenbedingungen für mehr Investitionen in den Unternehmen zu schaffen. Mit einer bundesweiten Selfie-Aktion unter dem Motto »Wir sind hier« will die Gewerkschaft klar machen, welche Gesichter hinter dem Wohlstandsmotor Industrie stehen.